Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch die Big Tin der Magic Techs Bundesliga hier 2013, 2014 Also retro, so sieht die von allen Seiten aus Wer da noch alles in der Bundesliga war Hm, sehr nice Sogar hier Aue, Aalen, Kleeblätter Alter, ok, ups So Und was sich da drin verbirgt, sehen wir nach dem Intro So, noch original verpackt hier, seht ihr Äh, ich hab mir die bestellt bei Stickerpoint Ich weiß nicht, ob es die noch gibt Äh, ich hab auch noch was anderes cooles, mal gucken wann ich das bringe Ich verrate mal noch nix Aber wir öffnen das gute Teil mal So Schön rot hier So Dann haben wir dann hier alles drauf Ich seh hier auf jeden Fall mal Müller Traxler Djeko Das müsste Reus sein Ja Und die anderen zwei hier Ähm Ja Hab ich Schwierigkeiten Falls es einer von euch weiß Hier der Hamburger und der Stuttgarter Schreib's in die Kommentare So, wir öffnen das gute Teil Ich gucke mal, dass ich nix spoiler Okay Kann kein Inlay So Jetzt werdet ihr auch nicht gespoilert Einfach nur hier so drin Und geklebt wieder Wie in der letzten Themen, wo ich hatte Ich hab die auch schon mal geöffnet Und zwar hier Jetzt hab ich sie nochmal Hab ich sie zweimal Macht nix Oh so Wo machen wir die hin Hier Oder hier Und machen wir sie hier hin So Holen wir jetzt mal den Booster mal hier So Ich will nicht spoilern So, wartet Wartet einen Moment So, mal gucken, ob irgendwas vertreten ist hier Die guten mache ich nach hinten He he So Hier hinten sind noch welche Verdreht sehe ich gerade Eieieiei Also das war früher schon so So Okay Es geht los hier mit Postpesch von Mainz So Dann haben wir hier Anaccia Oder wieder ausgesprochen Von Nürnberg Dann haben wir hier von Augsburg Haben wir hier Australic Oder Australic Baddelli Von Hamburg Ob es richtig ausgesprochen ist Weiß ich nicht Soloi von Schalke Edi von Mainz Dann Chandler von Nürnberg Und die Tin hat sich Verschoben Dann haben wir hier Tobias Werner Von Augsburg Von Hamburg haben wir hier Marcel Jansen Von Schalke haben wir hier Jamin Jones Dann Davio Abraham Von Hoffenheim Von Freiburg haben wir hier Julian Schuster Dann haben wir hier Luc De Jong Von Gladbach Sami Alagli Alagui Keine Ahnung Alagui Mats Hummels Von BVB Natürlich Roberto Firmino Von Hoffenheim Janne Auch keine Ahnung Von Freiburg Wendt Von Gladbach Dann haben wir Ben Hatira Von Hertha Nochmal ein Hertha Spieler Peter Niemeyer Gonzalo Castro Von Leverkusen Dann haben wir hier Von Fortuna Düsseldorf Lamberts Dann haben wir hier Von 1860 München Valori Von Braunschweig Haben wir hier Jackson Sobiesch Von Hannover 96 Ömer Toprak Von Leverkusen Von Cottbus Haben wir hier Mörle Dann haben wir Von den Kleeblättern Churcic Boah Dann haben wir hier Von Braunschweig Calichuri Von Hannover 96 Ron Robert Zieler So und jetzt kommen wir Zu den Besseren Karten Haben wir hier Von Schalke Da haben wir Julian Traxler Als Klub 100 Natürlich Die legen wir mal Irgendwie kurz hierhin Dann haben wir hier Von Mainz 05 Julian Baumgartlinger Als Matchwinner Dann haben wir Von BVB Blaschikowski Als Limited Edition Dann haben wir Mainz 05 Logo Hat das BSC logo Und die letzte Karte Ist hier Diego von Wolfsburg Als Starspieler Oh ja Das war ein genialer Spieler Bei Wolfsburg Fand ich So Sortieren wir mal Nicht sortieren Aber ich lege die Nochmal ordentlich hin So Na So Sieht man Hoffentlich noch alles Nicht ganz Aber Nicht hinter mich So Naja Okay Die sieht man jetzt Nicht so Können höchstens Die Dose Ein bisschen Weiter hoch Schieben So Das war die Bundesliga Tin Von Matchitex 2013 2014 Ich hoffe euch hat es gefallen Gebt einen Daumen nach oben Und falls ihr noch kein Abonnent seid Lasst kostenlos ein Abo da Da würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen